As I Can With You Moin Jo Ab zur Venus Frauen verführen? Achso, okay Habe ich die denn jetzt mit? Ja, gut Jo, bis denn, ne? Ich bin so aufgeregt Stell dich mal genau unter die Rakete wenn sie hochfliegen Tschüss Ja, die ist gut Noch nicht ganz Du kannst aber schon mal gucken, dass du eventuell noch mal zwei Sauerstoff reinpackst So, Venus, ich komme Ach guck mal hier Waren wir hier schon mal? Ah, cool Ah, cool Ich sehe nämlich gerade hier, wo dir schon was gebaut wurde Ja, ich habe es schon gemerkt richtig das war erst mal ein bisschen cobblestone für mich ich muss nämlich den bauen noch sonst habe ich Angst hier und die Tür wäre nicht schlecht nee das ist nicht gut da wollte ich immer schon cobblestone hinnehmen sehr schön das ist doch schön also muss ich da irgendwas rausnehmen das dürfte gleich hoch genug sein hier springen die ja nicht so hoch dann baue ich hier die Tür rein dann 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 ich dann 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 es wird Ich glaube, ich packe die da hin. Ne, ist auch besser so. So muss das sein. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja. Ich muss erst mal ne Fläche machen. Ich muss erst mal ne Fläche machen, ich muss erst mal ne Fläche machen, ich muss erst mal ne Fläche machen. Das hört sich gut an. Hm? Wieso? Ja gut, das kann man machen. Das hört sich gut an. So, Kabel brauche ich, Generatoren brauche ich, was brauche ich denn noch? Äh, den Shunkloader? Wieso? Ja gut, ich weiß gar nicht, wo muss ich den denn hinsetzen? So, guck, packe ich die da jetzt hin? Hm, ich packe die, ja. So, dann die Kiste kann ich einfach drauf stellen, ne? Frequenz 2? Gut, das ist schon mal fertig. Okay, das ist schon mal fertig. Okay, das ist schon mal fertig. Ja, ich will jetzt an Zäune bauen. Das dauert noch ein bisschen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss ja ein weniger machen hier auf der Seite, ne? Clock down. Lalalalalalalala. Das will ich nicht in Verdiquery. Das ist schon mal fertig. Das wird alles gut. Das wird alles gut gefallen. Das ist schon mal fertig. So, shopify ich. Und dann kommt bin ich in Verdiquery. Das ist nicht ein bisschen mehr. Hier kann ich auf der Seite machen. Das ist schon mal fertig. Und dann kommt das Ganze�übel. Das ist schon mal fertig. Hoffentlich nimmt er das auch Ich hab Hunger Na, ich hab schon Apple hier So Was machst du denn? Ja Oh man Zäune bauen ist manchmal nicht so einfach Ja Ja, den hab ich da reingelie. Na toll Was ist denn hier los? Ach, ich komm hier nicht voran Nee, das ist auch ganz blöd jetzt Hier ist es tief runter Ich will die Zäune nicht nach unten bauen Weißt du, wie ich mein? Er hat eine mächtige Fläche Keiner nur was gut ist, warum Er hat eine mächtige Fläche Ja, ja, ja. Soh, jetzt mal ein paar Steinchen zu holen. Was sag ich dir? Aber hier auf der Venus ist das mit den ganzen... sag mal schnell... Dungeons. Hier ragen die überall aus dem Boden raus. Soh, jetzt mal. Soh, jetzt mal. Soh, jetzt mal. Soh, jetzt mal ich bin. Soh, jetzt mal. Ja, jetzt mal mehr Zeit, bitte. Ja, das ist gut. Bis zum nächsten Mal.